Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht und euch gefragt, welches Thema euch besonders interessiert. Und ganz weit da vorne war tatsache das Thema, wie man seine Drums mehr im Mix durchsetzen kann. Das heißt, ich zeige euch heute die Techniken, wie ihr eure Drums im Mix druckvoller gestalten könnt. Viel Spaß! Ja, zunächst möchte ich euch hierfür erstmal das Beispiel zeigen. Das klingt nämlich so. Zunächst schauen wir uns erstmal im ersten Schritt das Drum Mixing an. Das ist nämlich ein wichtiger Teil, um die Drums druckvoller zu machen. Ich nehme da hier einfach mal die 808 mit dazu. Ähm, aktiviere mal kurz alle Kanäle hierfür. Und wir hören uns mal nur die Drums plus 808 an. Ja, und auffällig ist hier, dass die Kickdrum am lautesten ist. Das ist nämlich so eine Sache, auf die sollte man immer achten. Die Kickdrum ist wirklich unser Element, was hier wirklich am lautesten ist. Seht ihr schon, das geht hier an unsere 0 dB. Danach kommt auch schon direkt unsere 808 und unsere Clap. Also das sind unsere drei lautesten Elemente. Ähm, hier muss man immer je nach Song schauen, welches Gleichgewicht am besten ist. Tendenziell ist das aber die Reihenfolge Kick, 808, Clap. Das ist meistens so die Reihenfolge. Einfach weil Kick und 808 den ganzen Bassbereich eigentlich ausmachen. Danach folgt hier eine kleine Hi-Hat. Die ist hier tatsächlich mit einer anderen Hi-Hat noch überlagert. Sie sind auch beide eher leise. Und solche Sachen wie Open-Hats oder irgendwelche Percussion-Elemente, die halt wirklich mehr im Hintergrund spielen sollen, sollte die auch leiser machen. Denn somit zeigt ihr auch dem Hörer, dass die Sachen wirklich nur im Hintergrund sind. Und man kann sich vielmehr dann auf diese Sachen rein vom Hören konzentrieren und weiß, wo der Fokus liegt. Rein vom Mixing wurden die Drums tatsache auch nochmal angepasst. Und zwar fangen wir mal hier einfach mal bei der 808 an. Ähm, letztendlich ist unser Ziel, dass wir unseren Beat auf allen Geräten richtig gut hören können. Das heißt, der muss auf dem Handy gut klingen. Der muss auf günstigen Kopfhörern gut klingen. Auf einer günstigen Anlage. All die Sachen müssen irgendwie vorausgesetzt sein. Und wenn eine Sache meistens nicht gegeben ist, dann ist es gerade auch auf Handy-Lautsprechern oder günstigen Bluetooth-Boxen der Bassbereich. Und deswegen müssen wir diesen ein bisschen mehr aufpolieren. Ihr seht schon hier, die 808 ist tendenziell mehr im Bassbereich aktiv, was klar ist und logisch. Dennoch wollen wir, dass sie auch auf dem Handy hörbar ist. Und das mache ich hier einfach mit einem Plum-Saturation-Plugin. Damit füge ich ein bisschen mehr Obertöne hinzu. Und das macht die 808 einfach ein bisschen runder. Zusätzlich hier mit dem Equalizer noch ein bisschen mehr die Mitten angehoben. Hier so bei 700 Hertz. Hier nochmal bei 1500 Hertz. Und dann nochmal wirklich die oberen Höhen hier bei 7500 Hertz. So in dem Dreh. Das ist bei jeder 808 anders, aber das sind jetzt einfach mal so ein paar Vorgaben, ne? Sag ich mal. Ich deaktiviere mal kurz beide Sachen und dann könnt ihr mal den Unterschied feststellen. Ihr seht, die klingt dadurch wirklich ein bisschen mehr verzerrt, was eben den Vorteil, dass wir dadurch ein bisschen mehr Höhen haben. Und das ist eben besonders gut, wenn wir das auf anderen Geräten hören. Und das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Fülle. Das Ganze auch ähnlich bei der Kickdrum. Hier habe ich einmal den Fruity Squeeze draufgepackt. Hier ein bisschen diesen Amount-Regler hierfür hochgezogen. Ich zeige euch mal kurz, wie der Effekt einzeln klingt. Ich deaktiviere ihn und schalte ihn da mal an. Ich ziehe ihn mal ein bisschen höher, damit man es mehr hört. Also er gibt ihm noch eigentlich so einen ganz eigenen Anteil. Also so ein bisschen so hohe Anteile. Das füllt auch ein bisschen den Sound. Das Ganze kann ich jetzt hier durch einen Wave Shaper noch ein bisschen mehr klippen lassen. Also dass das Signal einfach oberhalb abgetrennt wird. Das kann ich hier durch den Wave Shaper ein bisschen provozieren. Hier darauf achten, dass wir hier High Quality angestellt haben. Auch gerne Oversampling aktiv haben. Das gibt ihm schon ein bisschen mehr Druck. Dann dazu der Limiter. Hier habe ich das Transient Shaping Preset ausgewählt. Das heißt, wir können hier unsere Transienten ein bisschen mehr fördern, ein bisschen mehr hervorheben. Und das macht einfach alles wirklich druckvoller. Dieser punchige Effekt. Das könnt ihr auch selber hier gerne nachbauen. Im Limiter, das ist hier kein Geheimnis. Alternativ natürlich auch gerne hier dieses Preset nehmen. Das ist schon standardmäßig mit dabei. Klingt dann, wenn man das hier nur so ein bisschen hinzu mischt, so vorher und so nachher. Das ist wirklich ganz präzise und gibt einfach diesen nötigen Druck dazu. Am Ende hier nur noch ein Equalaser, der wirklich nur dazu dient, die Höhen ein bisschen anzuheben. Ja, boostet auch ganz leicht den Bassbereich. Das müsst ihr mal abstimmen, je nachdem, wie viel ihr hier hinzufügen wollt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. In meinem Fall halt weniger. Wo ihr aufpassen müsst, ist so diese Frequenz hier. Zwischen 150, 200, 300 Hertz. Müsst ihr mal ein bisschen schauen, was da gut ist. Das ist immer schwierig. Ich würde euch das empfehlen, wirklich immer anhand des Songs auszutesten. Das heißt, spielt euren Song ab und schaut mal, was sich hier ändert, wenn ihr hier in diesem Frequenzbereich ein bisschen was anhebt oder ein bisschen senkt. Das könnt ihr gerne machen, um euren Kick-Sound noch ein bisschen mehr zu eurem Song zu integrieren. Würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Unsere Clap ist dann hier mit einem einfachen Equalizer da. Bei der Clap nehme ich auch mal gerne diese ganz tiefen Anteile raus hier im Bassbereich und hebe hier immer gerne noch die Höhen an. Oder ziehe sie sogar ein bisschen nach unten, je nachdem, wie hell eure Kick bereits ist, äh, eure Clap bereits ist. Hier kommt noch eine Hi-Hat dazu. Hier einfach ganz stupide bis, ich glaube, 700 Hertz. Ja, ihr könnt das auch weiter hochziehen. Wo eben die Frequenzen nicht mehr wirklich da sind, sondern hier vielleicht nur noch ein bisschen rumwusteln. Einfach runtercutten, die braucht ihr nicht. Hört ihr auch bei der Hi-Hat nicht. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, okay, bis zu welcher Frequenz soll ich denn generell Sachen immer rausnehmen? Die Regel ist ganz einfach, ihr spielt das ab und guckt einfach mal, wenn ihr das im gesamten Mix-Up spielt, ab wann ihr den Effekt hört. Wenn ihr ihn hört, dann ist es vielleicht schon zu doll, dann nehmt das vielleicht ein bisschen runter. Aber insgesamt ist das eine gute Methode, weil man immer so schauen kann, welche Frequenzen sind gerade wichtig für den Song und welche nicht. Denn letztendlich ist ja egal, ob wir jetzt faktisch hin oder her, wie wichtig ist das Ganze. Am Ende ist das Endresultat wichtig. Und wenn ihr eben das Endresultat negativ dadurch beeinflusst, dann ist es eine schlechte Idee. Deswegen bis zu dem Punkt, wo ihr es hört, und das ist meistens so hier, so ab dem Mitten oder gar oberen Mitten. Und ab da sollte man schon was hören. Zusätzlich hier Pancake, was eben diese Links-Rechts-Verteilung übernimmt. Das heißt, wir haben hier immer eine Schwankung zwischen unserem linken Kanal und unserem rechten Kanal. Das ist besonders praktisch, weil wir dann ein bisschen mehr Movement drin haben. Ihr seht, die Hi-Head wandert hier von einem auf den anderen Kanal. Pancake ist auch kostenlos, also auch eine schöne Sache. Zusätzlich noch gelayert mit einer weiteren Head. Die gibt dann mehr so mehr den Takt an. So ein bisschen dumpfer hier, ein bisschen die Höhen rausgenommen. Und das Ganze dann noch ein bisschen zusätzlich gefördert durch unsere Open Head. Und ganz wichtig bei so einer Open Head, die klingen meistens länger aus. Hier ein kleiner Tipp in FL Studio, damit sie auch da endet, wo eure Note endet. Bei 808 nimmt man meistens Cut It Self. Habe ich schon öfter mal gesehen, dass das viele machen. Ich nutze immer diesen Envelope Shaper. Also hier auf euren Sound gehen, dann hier auf Envelope und dann hier einfach die Release-Site ganz nach unten stellen. Ansonsten könnt ihr auch gerne diese Option übernehmen. Dann endet die 808, äh die 808, in dem Fall hier die Open Hi-Hat, immer dann, wenn ihr eure Note endet. Das heißt, ich mache das immer so, sobald die Clap hier spielt, ist die 808 quasi ruhig, damit wir mehr Platz für die Clap haben. Das heißt, sorgt dafür, dass sich eure Drums nur an den Stellen überlappen, wo ihr das wollt. Also ungewollte Überlappungen sind meistens ein Zeichen dafür, dass ihr den Mix nicht so richtig unter Kontrolle habt. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr alle Elemente wirklich kontrollieren könnt. Wenn ihr dafür auch Sachen extra einstellen müsst, dann ist das so, wenn euch das dadurch hilft. Das heißt, diese enden hier wirklich immer nur, ja, bis eben unsere Clap spielt. Das fördert einfach ein bisschen mehr den Groove. Ich zeige euch das nochmal kurz hier an der Stelle, wie das dann klingt. Des Weiteren habe ich hier noch eine weitere Open Hi-Hat. Und diese, ja, ist hier dann immer auf dem ersten Schlag, wo unsere Kick-Trom auch spielt. Und klippt auch ein bisschen auf dem Master-Kanal. Das ist gewollt, um eben so ein bisschen mehr diesen Groove zu fördern. Das vermittelt einfach ein bisschen mehr den Druck und zeigt, das hier ist der erste Schlag. Zusätzlich ist die hier dann auch nochmal hier, um eben anzukündigen, dass es gleich weitergeht. Dieser Effekt ist sehr, sehr beliebt. Einfach zwei Open Heads hintereinander. Und fördert einfach maximal den Groove. Außerdem hier ein kleiner Riser, der klippt sogar noch ein bisschen, wie ihr hier sehen könnt. Das könnt ihr ganz einfach einstellen, indem ihr hier auf euer Sample geht. Und geht dann hier eben auf dieses Symbol, Effect, Target. Und könnt dann hier Clip aktivieren und dann diesen Boost-Dreh ein bisschen höher ziehen. Ihr seht dann schon an der Wellenform. Dann verändert sich auch die Wellenform. Und je höher das Ganze zieht, desto mehr klebt das Signal. Und das hat meistens einen coolen Effekt. Kommen wir zum nächsten Teil. Und das ist unsere Melodie. Und die Melodie sollte man nicht ganz außer Acht lassen, wenn man daran denken möchte, die Drums druckvoll zu haben. Denn das eine hängt mit dem anderen ganz stark zusammen. Ihr könnt die druckvollsten Drums haben. Wenn eure Melodie nicht passt, dann sind eure Drums auch nicht im Mix insgesamt druckvoll genug. Ich möchte euch das mal kurz zeigen. Und zwar zeige ich euch mal kurz hier die Melodie. Die klingt so. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier zwei Synthesizer. Die spielen folgendes. Und wir haben hier einmal diesen flötenähnlichen Sound. Ja, da ist auch ein bisschen Reverb drauf. Nicht so viel, halt wirklich nur ein bisschen, um das Ganze ein bisschen räumlicher zu gestalten. Denn bei Reverb könnt ihr euch gerne mal was versauen. Wenn ihr ganz viel Reverb drauf habt, vermischt das einfach, vermanscht das so ein bisschen eure Mix. Das Ganze klingt nicht mehr druckvoll. Und dann seid ihr auch meistens direkt raus aus dem Thema, wenn es um das Thema Druck geht. Weil der wird damit maximal genommen. Deswegen mal schauen, wie ihr die Melodie oder den Reverb clever integriert. Und falls ihr Reverb nutzen wollt, ist das gar kein Problem. Dann müsstet ihr diesen einfach nur automatisieren. Das hat meistens einfach einen großartigen Effekt. Das heißt, da wo die Kickdrum vielleicht sogar spielt oder die Clap, vielleicht einfach den Reverb ab da kurz rausnehmen. Damit man quasi als Hörer dieses Gefühl von Kontrast hat. Dieses ist räumlich, trotzdem druckvoll. Und das könnt ihr einfach super gut durch Automation erzielen. Also Reverb gerne automatisieren für mehr Kontrolle. Ihr merkt schon, ich sag das jetzt öfter, Kontrolle im Mix ist extrem wichtig. Also hier, sei es bei der Open Hat, bei der 808, dass die nicht unnötig überlappt. Sei es hier mit dem Riser, der kontrolliert klippt oder das Sounds hier genau ordentlich enden. Denn das sind alles Sachen über Automation etc. Nur um euren Mix zu kontrollieren. Und das ist letztendlich auch die Kunst, den Mix so unter Kontrolle zu haben, dass ihr genau wisst, wann welches Element wie spielt. Sehr, sehr spannend ist dieser Grow Speed Effekt hier. Der ist nicht unbedingt besonders. Ich lade mal kurz das Plugin hier rein. Der liegt jetzt hier in dem Fall nur auf diesen zwei Synthesisern, die hier auf einem Synth Bass zusammengefasst werden. Welcher dann wieder in den Melodie Bus geht. Da gibt es wieder zwei Unterschiede. Der Synth Bass hat einmal nur hier diesen Grow Speed Effekt drauf. Und dreht sich dann hier immer rein, wenn wir den brauchen. Der macht hier folgendes. Der setzt hier diesen typischen Effekt immer am Ende ein. Ich zeige das mal kurz. Der Grow Speed Effekt wird dann hier immer nur eingesetzt, wann wir ihn möchten. Das ist nicht nur cool für die Melodie, sondern auch cool für die Drums. Denn achtet mal drauf, wie druckvoll das Ganze klingt, wenn die Melodie rausgenommen wird, kurz Platz für die Drums geschaffen wird. Und dann, sobald die Kick Drum wieder reinkommt, wirklich der Raum maximal frei liegt. Das heißt, Kick und Melodie steigen gleichzeitig wieder ein. Deswegen darauf achten, passt eure Melodie auf die Drums an. Oder eben andersrum. Ist wahrscheinlich cleverer, passt die Drums auf die Melodie an. Aber im Nachhinein kann es auch mal nett sein, die Melodie anzupassen. Und zu sagen, okay, da spielt die Kick Drum, dann spiele ich da vielleicht auch noch irgendeinen Ton, der das Ganze hervorhebt. Das heißt, der Druck entsteht nicht nur durch die Drums, sondern auch eben ganz stark durch die Melodie. Und dieses Zusammenspiel ist halt extrem, extrem wichtig. Zur Melodie. Hier habe ich einen Exciter drauf. Ja, dieser obere Teil ist hier eigentlich mehr oder weniger zu vernachlässigen. Ist hier alles über 10.000 Hertz, somit nicht mehr so relevant für die Melodie hier in dem Fall. Einfach hier ein bisschen verzerrt und das Ganze über Parallelverzerrung hier ein bisschen hinzugemischt. Ist ein ganz netter Effekt. Alternativ könnt ihr das auch hier mit dem Fast Distortion machen und diesen dann hier über den Mix-Regler ein bisschen hinzugeben. Mit Threshold und Pre und Post mal ein bisschen rumspielen und schauen, welcher Effekt euch da am besten zusagt. Den Tube-Effekt, der ist extrem, extrem schön. Ich mag ihn absolut. Ist ein sehr schönes Distortion-Plugin. Deswegen auch gerne mal runterladen. Ist auch kostenlos von Analog Obsession. Und hier noch ein Eco-Laser, der letztendlich einfach nur alles unter 80, 90 Hertz runternimmt, damit wir ein bisschen Platz wieder für den Bassbereich haben. Hier auch aufpassen, ähnliches wie bei der Hi-Hat. Nicht zu weit nach oben ziehen. Dann lieber ein bisschen mehr Luft lassen und schauen, welche Elemente wichtig sind. Weil häufig auch in der Melodie diese Frequenzen hier, 100, 200, 300 Hertz, das sind so wichtige Frequenzen. Weil das ist so dieser ganze Abteil, wo wir alle sagen, sehr warmer Sound, sehr ausgeglichener Sound. Das liegt halt daran, dass wir da Frequenzen haben. Wenn ihr seht, dass eure Melodie hier nur bei 2000, 3000, 5000 Hertz rumhängt, dann kann das sein, dass die gar nicht so warm und gefüllt klingt. Wenn das so sein soll, kein Problem. Aber in den meisten Fällen wollen wir ja doch eine volle Melodie haben. Und dennoch wollen wir nicht den Druck rausnehmen. Zu guter Letzt haben wir noch unseren Masterboost-Kanal, also unseren Hauptkanal, unsere Summe, wo alle unsere Elemente zusammenkommen. Und hier liegt ein Soft-Clipper drauf. Der hat so einen ähnlichen Effekt wie der Wave-Shaper. Soft-Clipper super einfach zu bedienen, nur zwei Regler, die letztendlich einmal der Threshold ist und auch einmal hier dieser Post-Regler, also unser Post-Gain, unsere Verstärkung im Nachhinein, die wir letztendlich hier noch haben. Einmal Fast Distortion noch ein bisschen hinzugemischt. Hier ist immer so ein netter Trick, diesen Threshold einfach nur auf 20% zu ziehen und dann ein bisschen den Mix-Regler hochzubringen. Genauso wie der Wave-Shaper, der das hier eben noch ein bisschen mehr verstärkt und hier der parametrische Equalizer, der hier in dem Fall nur eine Automation ist, um eben diesen Filter hier zu bewirken. Um ein bisschen mehr diese Resonanz hier zu erreichen, würde ich euch empfehlen, hier diesen Regler ein bisschen hochzudrehen. Nicht ganz hoch, dann klingt das störend. Vielleicht auch nicht ganz so weit nach unten. Dann ist der Filter sehr, sehr weich, wobei es auch manchmal schön klingen kann, wenn der eben so ein bisschen hier angehoben wird. Und um die Kontrolle zu behalten, gerne einen Equalizer auf dem Master-Kanal und eben hier alles ein bisschen mehr anzupassen. Das ist sehr, sehr schön. Ich empfehle da immer hier diesen ganz einfachen 3-Band-Equalizer, womit ihr halt wirklich nur über diese drei Sachen einstellen solltet. An sich könnt ihr auch viel präziser sein. Der Nachteil ist bloß, ihr greift stark in den Mix ein und wenn ihr den deaktiviert, klingt euer Mix nicht mehr gut. Das wäre natürlich blöd. Deswegen achtet darauf, euren Mix schon so ausgewogen zu haben, dass ihr auf dem Master-Kanal gar nicht mehr so präzise und aktiv sein müsst, sondern halt wirklich sagen könnt, okay, ich habe hier meinen 3-Band-Equalizer, passe hier noch ein paar grobe Sachen an, was die Klangfarbe meines Songs betrifft. Und der Rest ist mir eigentlich auch komplett egal. Das kann ich auch im Mixing da machen. Deswegen diesen Equalizer wirklich nur nutzen, um die Klangfarbe eures Songs anzupassen. Genauso wie diesen Kompressor, falls ihr noch irgendeinen Limiter oder so raufpacken wollt, hier ein bisschen mit Saturation spielen wollt, könnt ihr gerne mal testen. Ihr seht, das Ganze klingt dadurch sehr gesättigt. So doll, wie ich es jetzt gemacht habe, müsst ihr den Regler nicht nach unten drehen. Ist letztendlich auch nur ein Threshold für die Saturation. Deswegen auch gerne hier zum Beispiel nur bei der Kick diese Verzerrung ansetzen. Eine sehr gute Methode. Ansonsten beim Kompressor komprimiere ich ungern. Also ich komprimiere eigentlich nicht so stark auf dem Master-Kanal. Render das dann lieber raus als Mix und mache das dann im Nachhinein im Mastering. Aber wenn ihr generell hier schon ein bisschen mehr Druck haben wollt, könnt ihr hier mit dem, falls euer Mix so leise ist, den Gain-Regler ein bisschen höher drehen, damit ihr ein bisschen lauter hören könnt und so. Also den Limiter nutze ich eigentlich nur zu Kontrollzwecken, um ein bisschen zu schauen, wie mein Song denn eigentlich gerade steht und ob er bereit fürs Mastering ist. Wenn ihr das dann fertig habt, könnt ihr euren Song rausrendern und dann geht es weiter ins Mastering. Falls ihr wissen wollt, wie ihr euren Song mastern könnt, dazu habe ich bereits mal ein Video erstellt. Da erkläre ich das ausführlich, wie man ein Hip-Hop-Beat eigentlich schon ganz einfach mastern kann. Das war es von mir für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.